um in Rom und Pflanzen in Donner was sind aber es wollte noch fahren gehen oder Bambus wächst ja das ist ja geil und Prozent wenn man diese der Prozent vielleicht leckte ab und weiter er beim Ziel werden und wird auch schon gelägt er hat es nur nicht das Texte weg drin das stimmt eigentlich könnte ich es mit dem bambus glatt lassen aber naja egal man kann ja die farm immer mal wieder erweitern erweitern wuff 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 ich werde erstmal die Brücke weiterbauen die ein bisschen gay aussieht hinten ist auch noch eine insel wo man hin könnte müssen wir auch von hier gleich gerade what the fuck was ist das da egal da müssen wir gleich von hier aus rüber aber naja das kann man ja immer mal noch machen du bist so leise lebst du noch oh mein gott ektos ist tot was los ektos äh ja jetzt ich höre dich wieder ja er kann reden machst du kurzzeitig stumm ja ich hab mich kurz stumm gemacht sonst stehe ich nicht gleich weg muss aber dann wiederkomme okay verwirrung macht sich breit was ist denn das noch was ist mit erde oh ich sehe den grund oh ja hey ich kann sich schon fast knutschen das ding hier ja ich sehe sand und ich bin da juhu so stufen habe ich natürlich nicht bei es muss man hier natürlich aufpassen nicht dass man gleich runterfällt aber naja egal zack knapp nein falls jemand wissen will welches Textepeck ich jetzt im Moment habe ich hab das von fallout zack 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 ja so lässt sich's arbeiten hihihi so hast du das gerade gehört was ich gesagt habe anscheinend nicht ja irgendwas mit Textepeckage von fallout okay gut dann nochmal seit jemand fragt was ich für ein Textepeck habe ich hab den fallout ja das hast du bereits gesagt ja gut ich dachte gehört aber ich hab's gehört ja dann bitte 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 es wird umgekehrt und ich will im wasser oh mein gott egal es war knapp ach schwarzes Schaf ich brauch schwarze Wolle komm her jaaa hey cool hier war gerade ein rosa Schaf kein ernst doch ich hab rosa Wolle geil ein pinkes Schaf ich glaube das war auf Drogen ich glaube das war auf Drogen ja das war ein Drogen auf Drogen um die Drogen in den dunklen Wald hinein nein das wollte ich gar nicht das hier wollte ich wir wollen schädig 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 die Zombies kommen gleich um mich zu holen da drüben kann man nicht auch mal hinschauen ah noch ein Schaf das ist dafür dass du mich so erschrocken hast hässliche Schaf ich mag dich nicht mehr ich mag dich nicht mehr scharf du nimmst die Axel sind die gutmöglich P ja aber oder das er hat man nicht daran dass ich jetzt wenden die verfahren holz überlegen wie es zu dunkel da hoch geht ich hoffe es kommt kein griff oder so eine scheiße aus der weg ich muss durch die türen in der haus deutsch wird gerade etwas vernachlässigt er braucht deutsch ok da sollten wir immer so ein wort schreiben und dann halt einfach weitergeben am ende kam bei der eingeschichte raus mustafa war deutsch türke was ist er denn jetzt hallo kannst du es zucker gebrauchen kannst du kuchen machen kuchen ja egal wir haben jetzt dreimal zucker sehr sehr nah ist kannst du mal ein paar leitern machen ich glaube hier waren sogar noch welche ich kann hier noch fünf stück geben den rest brauche ich gerade selber für den zaun zu dem texture pack können wir dann denke ich mal die beschreibung stellen hier guck ich schmeiß es runter die leitern fliegen die leiter fliegen die leiten die leiten die leiten ja das ist lebensmüde das kann ich natürlich verstehen ich esse erst mal ein brot das ich mir gerade eben gemacht habe die leiter mhm lecker und kann man nicht noch umgeleitet werden a wat the fuck hey ich glaube mein mein Gott ist gerade abgekackt Leute dann beenden wir das aber jetzt auch erstmal weil ich weg muss Machen wir daher weiter Später Dann weiter Dann bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis dann und tschüss